Beim Thema Cyberangriffe denken viele Unternehmen vor allem an Risiken, die von extern ausgeführten Hackerangriffen ausgehen, um einzelne Dienste oder Teile der Infrastruktur zu schädigen bzw. unberechtigt Daten im Unternehmen abzugreifen. Die Digital Forensics steht als Spezialist für Netzwerkdatenanalysen Unternehmen zur Seite, wenn es um die systematische Untersuchung von Cyberangriffen und die Eroierung von Schadensfällen geht. Industrielle Produktions- und Steuerungsanlagen werden im Zuge der Digitalisierung von Prozessen und Diensten zunehmend stärker miteinander vernetzt und es macht sie zu attraktiven Angriffszielen im Internet. Im Zuge dieser Entwicklung gewinnt die forensische Analyse von Netzwerkverkehr im industriellen und unternehmerischen Umfeld immer mehr an Bedeutung. Aus unserer täglichen Arbeit können wir bestätigen, dass Unternehmen gleichermaßen Risiken ausgesetzt sind, die von ehemaligen bzw. aktuellen Mitarbeitern ausgehen. Zu der Frage, warum Mitarbeiter Cyberangriffe im eigenen Unternehmen ausführen, können verschiedene Punkte eine Rolle spielen. Zu nennen wären dabei zum Beispiel der Verlust des Arbeitsplatzes, existenzielle Bedrohungen, persönliche Bereicherung oder das Ausschalten von Konkurrenten. Exemplarisch kann ja ein Fall vorgestellt werden, wo die Digital Forensics ein international aktives Unternehmen im Logistikbereich beim Cybervorfall unterstützte. An unterschiedlichen Standorten von Kunden kam es zu einem gleichzeitigen Ausfall von Anlagen, die mit einem technischen Versagen nicht erklärt werden konnten. Die Wiederherstellung des Normalbetriebs in den verschiedenen Anlagen dauerte mehrere Tage. Aufgrund des Ausfalls der Servicedienstleistungen musste das Unternehmen Kombinationsstrafen an die Kunden abgeben. Die Summe der Schadensforderung belief sich mit den Wiederherstellungskosten auf einen dreistelligen Millionenbetrag. Eine intern vom Unternehmen durchgeführte Analyse konnte keine Fehler in den Softwaremodulen aufdecken. In dem relevanten Zeitraum fielen aber Kommunikationsvorgänge über ein V&C-Protokoll auf, die sehr verdächtig waren. Es stand der Verdacht von Sabotage im Raum. An dieser Stelle kam die Digital Forensics ins Spiel. Um zu verstehen, was in Netzwerkvorgängen vorgeht, ist es notwendig, Netzwerkverkehr aufzuzeichnen. Um eine vollständige Protokollierung der Netzwerkdaten sicherzustellen, wurde in dem System des Steuernetzes in dem Unternehmen ein Aufzeichnungssystem installiert, welches vollständig alle Netzwerkkommunikationsvorgänge im Netzwerk protokolliert. Zusätzlich wurde eine Anomalieüberwachung installiert, mit deren Hilfe zeitnah über Meldungen im Netzwerkverkehr zielgerichtet analysiert werden kann. Nach einer Laufzeit von mehreren Monaten gab es dann Hinweise zu Anomalien, die eine zielgerichtete Analyse von Netzwerkverkehr ermöglichte. Dabei konnte festgestellt werden, dass intern im Unternehmen eine Workstation benutzt wurde für Fernwartungszugänge zu den Anlagen, worüber unerlaubt Shutdown-Befehle abgesendet wurden. Eine Überführung des verantwortlichen Mitarbeiters war allerdings nicht möglich. Wir mussten erkennen, dass grundlegende organisatorische Schutzmaßnahmen in Unternehmen nicht existierten. So konnten zum Beispiel Mitarbeiter über diese Workstation sich Zugang zu der Steueranlage des Netzes verschaffen, ohne sich zu authentifizieren. Das Unternehmen musste erkennen, dass aufgrund dieser Versäumnisse eine Überführung des Mitarbeiters nicht möglich war. Es wurden im Nachhinein natürlich organisatorische und technische Maßnahmen eingeführt, um solche Vorfälle in Zukunft zu unterbinden. Dazu gehörten beispielsweise auch personalisierte Zugänge zu den Systemen, von nur aus die Fernwartungszugänge zu den Steueranlagen möglich waren. Glück im Unglück konnte das Unternehmen einen Teil der Kosten verursacht durch die Sabotage über eine Versicherung abdecken. Der Versicherer hatte im Vorfeld die Betriebshaftlicht zu dem Unternehmen ohne interne Prüfung der Sicherheitslage ebenfalls auf den Cyberbereich erweitert.